Hallo Leute, ich bin's, Partymuch, ja, ähm, heute ist der 29. Februar 2016 und alles Gute an alle Leute, die heute Geburtstag haben. Was mich fragt, wie feiert ihr eigentlich Geburtstag, wenn ihr am 29. Hauptabgurzten sozusagen, auch wenn ihr nicht schaltet, irgendwie ein Jahr älter werdet? Feiert ihr da irgendwie so zwischen 28. Februar und 1. März? Ja, möglich. Ich weiß ja nicht. Also, falls wer zuguckt, der am 29. Februar als heute Geburtstag hat, sag ich mal alles Gute. Und schreibt mal bitte in den Kommentaren, wie du, wenn kein Schalt oder du, sie, ihr halt, wenn nicht Schalt, ihr ist, wird er feiert. Wär mal interessant. Also, an welchen Tag jetzt noch? Zwischen 28. und 1. März oder wie oder das? Vermutlich, aber ich weiß ja nicht noch. Ah ja, wär toll zu wissen. Ich mein, ich hab früher ja Geburtstag, aber ja, ich hab fast Anfang des Jahres Geburtstag, was auch toll ist. Ja. Ich bin eh gewohnt von Partys her, also Silvester fahr ich und dann nach ein paar Tagen schon mein Geburtstag. Auch geil. Wirklich. Ah ja, ich mach eh gern Party. Bin ja nett umsonst Part-Demo. Ah ja, eigentlich zum Thema, was ich, ähm, ansprechen möchte auf Facebook, auf einer Gefällt-mir-Seite zu Pokémon Go, wurde ich sperrt. Ja, wirklich. Ähm, was auch lustig ist, ähm, mein Gefällt-mir-Seite in einem Beitrag ist da, aber mein Kommi ist nicht da. Hm, haben's vermutlich gelacht. Und ich wurde auch noch dazu, wie scheint, bei, von der Seite, also von Deno, von denen die Seite ist gesperrt. Ähm, das war, ist ein Beitrag, ähm, oder Post, Beitrag, sowas, wo was halt steht, wegen, dass Niantic und so, ähm, halt die, die Pokémon Go, falls man, die an Pokémon Go arbeiten, 5 Millionen Dollar bekommen haben, und das letzte Jahr, also im Oktober, und denen 30 Millionen zugesagt wurde, also 30 Millionen Dollar zugesagt wurde, und sowas sind da. Jedenfalls habe ich drauf geschrieben, ähm, drauf, beim Beitrag halt, bei Comtar, also bei Comis halt geschrieben, ähm, die haben 25 Millionen Dollar erhalten, und das hieß, dass sie den Rest erhalten, wenn das Ziel erreicht ist, und sowas sind da. Ähm, und ich vermute, dass diese 5 Millionen, ähm, vermutlich der Rest ist, von dem früher die Rede war. Weil wenn man rechnet, 25 plus 5 ist fast 30. Da das mit Millionen führt ja jetzt noch hin zu Millionen hinzu, also tatsächlich nicht jetzt schlimm und so, aber, ja, ich mein, da liegt's eher nahe, wenn man früher wirklich den Bericht gelesen hat, und, ja, wegen Pokémon Go und so, was schreibt und Infos, sollte man zumindest das wissen, ich, ich hab das nicht mal nachgebraucht, brauch nicht mal in meiner Gruppe nachsuchen, wo der Bericht war, was hab eh auch schon, ich glaub, seit dem Oktober geschrieben wurde, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls, ich hab, letztes Jahr so viel wegen Infos guckt, wegen Pokémon Go, weil bei mir in der Gruppe wirklich da größer als nur zu Pokémon Go Infos geht, und vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Sachen zu Pokémon an sich was gepostet hab, absonst nur zu Pokémon Go, so Nachrichten, News, Infos halt sowas, und, ja, jedenfalls, ähm, ja, hab ich halt den Schirm da, bei Kommis eh was von gesagt hab, dass wir das 25 Millionen bekommen haben, Rest halt dann, wenn das Ziel erreicht ist, oder sowas sind da halt bei denen, und das vermute, und das ich halt vermute, dass die 5 Millionen vermutlich das, wovon früher die Rede war, ähm, halt, ja, das Geld wegen dem, von dem früher die Rede war ist. Das heißt also, wenn meine Vermutung stimmt, wenn 5 Millionen, die da sind bescheinend, die die bekommen haben, ja, ja, endlich oder so, ähm, dass halt, wie scheint das Ziel erreicht haben, wo zumindest, schon sehr weit sind, mit Pokémon Go und deswegen auch da der Rest halt, also das liegt für mich eher nahe. würde für fast jeden nachliegen, wenn man drüber nachdenkt und so, aber ja wie schon sagt nachdenken, aber und auch wirklich denken, nicht nur Pseudodenken, nicht jedenfalls, ja hab ich auch geschrieben, halt ich hab ne Pokémon Go Gruppe und bei mir in der Gruppe also, dass ich mich auskenne, ich hab ich geschrieben, dass ich ne Pokémon Go Gruppe habe, also auf Facebook ja, und dass da wirklich Infos sind und mehr als bei anderen Pokémon Go Gruppen oder sowas halt schon und ja, auch wenn nicht viele Leute sind aber, ja, sowas sind da toll schon, halt bei mir sind da nicht so viele Leute in der Gruppe, aber sind mehr Infos als bei anderen Pokémon Go Gruppen oder zu Pokémon Go Sachen halt bei Facebook als von Gruppen her jedenfalls, ja, wahrscheinlich wurde ich sperrt kann nicht mehr kontieren und dort auch was, ja, mein Like ist dort bei den Beitragern, mein komm ich nicht aber sowas sind da, was ich da gesagt hab hab, hab ich dort gepostet aber ja, hey da merkt man, dass da manche überfordert sind und ich mein, ich kenn mich da eher aus mit Pokémon Go oder beziehungsweise Pokémon und wenn da früher da was auch gepostet hat dann merkt man ja auch eher zumindest da bezüglich das wegen dem Geld die Info halt weil ich da auch drauf schau und so zumindest früher da wegen Pokémon Go Gruppe bei mir Pokémon Apocalypse Go Österreich wo ich eh Facebook ähm Gruppe hab und auf YouTube Video hab Pokémon Apocalypse Go Österreich guckt einfach bei meinem Channel halt dabei upload der schon ein paar Monate her ist von letztes Jahr noch und ja ich hoffe das Video jetzt hat euch gefallen habt was zum Lachen am 29. Februar 2016 und ich schau das noch jetzt dann hochladet weil ich hoffe das sich noch ausgeht bevor der erste März ist weil es bald mitternacht und ja deswegen versucht jetzt das Video nicht in die Länge zu ziehen und ja aber auch lustig was da passiert ist an mir ist es egal mein, wegen Infoseher merkt man eh da was ich eh besser bescheid in gewisser Weise es geht aber was soll's ich mein ich wollte die nicht beleidigen zu Info die auf der Seite aber ich find's schon merkwürdig das einfach sperren halt nur deswegen und ja aber ja was soll's ciao